Müssen wir jetzt die ganze Zeit mit dieser Karre fahren, Alter. Es ist ein Transform-Rennen, beruhigt eure kleinen Nusser. Digger, ich warte aber auf einen Zu-Fuß-Party. Mähdrescher, Digger. Aus welchem Jahrhundert kommst du, Alter? Oh, ich glaub, der verkackt Arres. Kennst du den Kameen-Drescher? Arres verkackt. Ist das ne Kacke, Alter? Loll. Oh, 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 oh. Digger, wann verwandeln wir uns endlich, ey? Kann nicht mehr, ey. Genau, wir haben gesagt, das ist ein fucking Verwandlungs-Rennen. Alter, ihr seid noch völlig ohne diese beschissene sch***e Hase. Hier ist halt möglich, so ja. Kann ich jetzt noch mal zuschauen, wie du verkackt? Nein. Oh, nein, 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 nein. Ich war auch Mann, ey. Oh, das war geil, das war geil. Get up, get down the faces, hell. Bons, wame, muchachos, da sind wir wieder, eure Losers, Und wir zocken wieder eine Runde GTA 5 Custom-Map-Rats. Danke Nogi! Danke Nogi! Edel, Alter! Let's go! Ich hab das gehört, Alter. Ich hab mich instantly selbst vor Augen gehabt. Mit dem Mugitor-Ketzel auf dem Kopf. Mit dem Bett hinter mir. Wollts gut sein. Einfach erste Wohnung, ja. Da krieg ich sogar Tränen, Alter. Wir haben heute wieder eine Map vom legendären... Und der ist bekannt für verrückte, legendäre Maps. Richtig geile Maps. Und wir haben Ares schon ein bisschen verrückt gemacht, weil wir gesagt haben, das ist ein... To-Fuß-Parcour! Und es wird leider noch viel beschissener. Oh, wenn ich sowas hier schon wieder sehe, Alter. Warum hast du das getan? Kack mir in die Augen, Alter. Kack mir in die Augen. Aua! Dekomüle, Dekomüle und schlafen. Dekomüle, Dekomüle und schlafen. Marvin, rette mich! Digga, weg mit dir, du Lappen! Ja, rette mich! Marvin, rette mich! Du hast mich in die Ecke gefickt! Ich kann mich gar nicht mehr bewegen jetzt, Alter! Soll ich die Warte? Muchachos, einen wunderschönen guten Reiß, die wunderschönen Startzeit. Hallöchen! Nicht jeder das Nüsse polieren vergessen, zum Anfang der Folge. Ja, von meiner Seite auch einen wunderschönen Tag. Schön, dass ihr da seid. Dem Runde, er beginnt. Ich rubbel den Rubbler. Du rubbelst den Rubbler? Richtig. Alko rubbelt, sagt ihr. Muss der nach oben oder muss der nach oben? Egal, oder? Oh mein Gott, Mama Mia. Das kann drunter oder drüber sein, ne? Ja, unten reicht. Oh geil. Mama Mia! Ja, was hat die jetzt schon zum Erbricht geschissen, oder? Here we go, go again! Schon zum Löcher. Mama! I wanna miss you! So, alle nach oben bitte! Den Greifer! Und jetzt go! Äh, falsch. Sehr gut. Und jetzt, äh... Go? Und jetzt, äh... Weiße! So! Drei, zwei, eins! Boy people! Juhu! Alter! Ja! Ich hoffe, das war kein Fake-Punkt. Alter Schwede! Alter! Das war ein geiles Fuck, ey! Oh fucking yeah! Oh oh! Ich hänge fest, ich hänge fest, ich hänge fest! 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 Dann müssen wir jetzt die ganze Zeit mit dieser Karre fahren, Alter! Es ist ein Transform-Rennen, beruhigt eure kleinen Nusser! Jega, ich warte mal auf einen Zu-Fuß-Party! Hatten wir doch am Anfang, gleich schock! Dann hab ich dich mit geködert! Jaaaa! Alter, der war richtig cool, ey! Der war richtig im Eise! No! Noll! Er ist abgestört! Okay, wer im Test kommt, was ein Fake-Punkt war? Es war! Es war! Es war! Kein Fake-Punkt! Äh... Jetzt fahr doch! Nach oben ist die richtige Idee! Es ist gar nicht so einfach, wie du, wie du, wie du denkst! Hallo! 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 Äh, bin ich jetzt wirklich ein Geist? Weiß ich nicht! Weiß ich nicht! Aber ich bin auch durchsichtig! Ich bin auch Geist! Nein! Ich fahr mal durch Ares durch! Hauptsache, ihr werdet einfach zu Geister hier! Besser ist! Ihr werdet einfach zu Geister! Ja, also dem, dem Deutsch ihm glunzt! Man merkt, ich kann gut einparken! Ich weiß, welche Winkel ich nehmen muss! Klack, klack! Ich kann übrigens richtig scheiße einparken! Das will ich nochmal gesagt haben hier! Ich weiß jetzt! Ciao! Ja, wir! Ciao! Digga, so eigentlich mag keiner aus, ey! Ciao! Ciao! Wie häufig müssen wir noch irgendwelche Kurven nehmen, Alter? Alter, das ist richtig haarig! Ciao! Ey, fick mich, ey! Noch weiter nach unten? Alles, da musst du nach ganz oben! Ganz, ganz hoch! Ganz hoch! Guck mal! Wir sind beide dämlich! Ja! Digga, was ist das für'n Scheiß! Das wäre geil, wenn wir einfach reinrührig fahren, ne? Oh ja, jetzt komme ich zurück und trolle euch! Ja, wir sind aber Geister, da passiert nichts! Echt nicht? Ich sehe leider auch nichts, weil es hier so Geister-like ist, Alter! Ohhhh! Was ist Geister-like? Genau! Digga, mein Skill! Der ist unsichtbar! Der ist nicht weit zu sehen! Geist, 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 geist! Digga, ich habe mich hier genau um so eine Ecke verwacht, dass ich das nicht so machen kann! Was denn hier, Aris oder? Du fährst hin und her! Ja, aber ich komme nicht weiter nach rechts! Okay, das ist natürlich dann schlecht! Alter, diese Steuerung ist... Digga, ich kack mir die auch! Marvin, vielleicht bist du gar kein Geist, vielleicht brauchen wir einfach nur über deinem Penis ein Mikroskop! Lol! Ne, also... Was machst du denn da? Boah, ich habe mich gerettet, ey! Noch nicht! Wer auf die warten! Guck mal! Ah, nö! Aris, Aris, Aris hat schon richtig... Digga, aus! Was ich für ein Profi bin, Alter! Hast du das gesehen? Nee! Aris, no! Nee, du hast direkt... Nee, willst du dich verarschen? Ja, hä? Du warst aber ein Geist! Das habe ich sehen, Junge! Wie konntest du das nicht sehen, Alter? Ich habe einfach meine 12 Mechanics angewandelt! Nein! Du musst dir den Jürgen hoch und runter bewegen! Ich habe mich da so eingeklemmt! Alter Scheiß! Ja, ja, ja! Äh... Oh mein fucking Gott! Ey, Marvin! Guck dir meine 12 Mechanics an, Junge! Was machst du denn da oben, Alter? Oh, hier! Sorry, du siehst das auch, oder? Sorry, du siehst das auch, oder? Äh, wer ist wo oben? Ja, guck dir mal! Äh, guck mal nach hinten! Äh, aber ich kann mich hier leider gar nicht mehr bewegen und muss re-sporten! Ja, ich würde mal sagen, das ist dann aber auch eine Boxershort, ne? Ah, nö! Mindestens, ja! Hier, re-sporten und Boxershorts! Gleich beides! Aua! Boah! Bin ich wohl, dass es hier gleich vorbei ist mit dem Ding, oder? Immer noch nicht! Wollt ihr verarschen? Äh, nein, Mann! Ich will die Scheiße nicht mehr! Alter, das ist ja grauenhaft hier, ey! Alter, diese Karre, ne? Warte noch! Es geht nicht! Wir beide da hinten hoch, ey! Dico, du musst alles von vorne machen, Dico! Das ist mir so leid, ey! Ja, alles von vorne, es war eine Kurve bisher, ne? Du armer Schlumpf, armer... Es ist halt, jede Kurve dauert halt einfach zwölf Jahre mit der Scheiße! Das ist halt wirklich so! Ey! Nein! Ich frag mich auch gerade, soll ich das langsam machen? Und dann funktioniert das halt am Dolo? Hä, was ist das denn? Ey, das ist halt einfach... Das ist halt gerade einfach echt pain in die Ase! Das macht richtig Spaß! Oh! Wir sehen meine leuchtenden Augen, Alter! Das ist meine Freude! Ist der Mapper-Bauer immer noch so cool? So cool! Also ich darf wie es machen! Hiobs! Mäh! Was ist besser? Zu Fußballkur, oder? Das hier! Zu Fuß, zu Fuß! Ist das besser? Never, Digga! Eindeutig! Malz! Weiß nicht, was ich in der Zeit gekommen bin, aber... Zum Fußballkur hätte ich jetzt schon längst drei Paketen in ein Arschloch gerammt! Ne, jetzt schon nicht! Mindestens! Und hier konnte ich sie ja nicht mal runterschubsen, weil da vorne Tryhard ist! Oh! Das ist jetzt aber schade, oder? Oh! Wie? Ne! Oh, guck mal, eigentlich war die Kurve doch echt easy, ey! Oh! Oh, die verarschen auch noch weiter nach oben, oder wie? Oh! Oh! Woosah! Digga, gib Gas, du Lappen! Woooo! Aris! Was willst du? Nugi! Auf dem Po! Was ist das hier, Mann? Ja! Ich sehe es nicht! Wir sind immer noch Un-Un-Materie! Ohne Un-Materie! Was für Un-Materie, Alter! Hey! Kacke, Alter! Hä? Ihr seid immer noch das komische Gerät? Ja! Oh, Digga, was ich für ein Profi bin! Hier, guck mal! Wir müssen hier über diese Flammen-Dinger fahren, oder was? Ja! Aber das war easy! Das war nicht das Problem! Nugi, wir sind immer noch nicht fertig, willst du mich komplett verkackeiern, ey? Sie komplett rüber! Komplett! Aber das krieg ich hin! Hoffentlich! Komm schon, gib Gas! Nichts, jetzt häng ich hier! Ne! Ne! Hey! Komm, Marvin, respawn! Never, Digga! Ja, respawn! Respawn im Buster-Schoss! Ich sehe hier noch, ne? Ich sehe noch nicht, dass ich hier verkackt habe, ey! Aber es ist einfach unlogisch, ey! Das Ding ist komplett mega unlogisch! Du musst es nur akzeptieren, Marvin! Einfach nur akzeptieren! Digga, dieser Wendelkreis, Alter! Ich fühle mich wie beim Landwirtschaftssimulator mit diesem komischen Dreh-Heinrich! Wie heißen die, Alter? Mähdrescher! Mähdrescher, Digga! Mähdrescher, Digga! Oh, ich glaub, der verkackt Aris! Mit Kameenrescher! Aris verkackt! Ist das ne Kacke, Alter! Loll! Ahaha! Geil, Aris, ey! Gar kein Plan, was passiert ist, aber! Ahaha! Aris kann nicht! Loll! Aber verkackt auch! Ahaha! Geil! Okay! Okay, ich hab keinen Plan aus gesehen! Ahaha! Scheiße, ey! Das war Kamea, ey! Mach die Gabel ganz hoch! Ey, das war so einfach eigentlich, ne! Ich war einfach nur wieder gierig, Digga! Ich war einfach gierig! Hä, wie kommt der jetzt schon wieder hierher? Hä? Der Punkt, hinter dir ist ein Punkt! Achso! Ja! Habt ihr gar nicht so viel verkackt! Richtig, richtig sad für mich, ey! Ja, aber! Das ist scheiße, Mann! Das Ding ist scheiße! Ja! Ey, was passiert denn hier bei mir gerade? Guck mal! So! Oh oh! Ey! Hey! Ciao, Deko! Egal, irgendwas habt ihr gerade gemacht, Alter! Ja! Ich hab mich mit meinem Skill, hab ich dich weggedrückt! Meine Aura! Ey, ich bin da gerade durchgefahren! Ihr beide kommt an und meine Karre hängt irgendwo fest! Tschüss! Na, schön langsam! Das wird sein, ich hink schon wieder... Ey, fick mich, Alter! Schau, Deko! Oh, geil! Geile Map, ey! Geile Map! Zum selber zocken, ne! Ihr wisst! Oh ja! Ey, man muss das einfach nur langsam machen, ne! Dann ist das First Trial! Oh, wann ist denn hier mal der Wechsel, Mann? Nugi, wo ist hier der Wechsel, Mann? Weiß ich nicht! Der Wechsel, Mann, ist übrigens so ein Währungswechsel, der irgendwo am Strand steht, ne? Oh, ey! Oh! Er ist doch einfach, oder? Es tut gut, gerade Aris zu sehen! Warum? Du verkackst! Oh, das war haarig! Oh, das war easy, komm! Nein, 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 nein! Oh, das ist nicht gut, schaffen wir's! Es tut so gut, Deko da zu sehen! Er sagt dir drehen! Er sagt dir aber drehen! Oh! Ja, komm, Baby, ich rette das! Aber was sollen wir drehen? Ja! So? Oh! Oh! Ja, Aris! Du hast es gerettet, Alter? 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 Ich versuch's aber mal! Ja, warum, aber... Mieser Möwen Profi! Hä? E? rückwärts fahren nur geholt noch ein paar jokes raus wir brauchen jetzt ein paar jokes für die ganze zeit müssen wir wirklich was von hier die vorlose wochen witze ich mache ich so meine zwischenzeiten wie der apothekenwitz ja was ist das denn jetzt hier wieder finde ich weiß marvin du willst dafür sorgen dass die menschen die paimon verteufeln oder okay warte ne da mache ich gta-quiz dann müsst ihr jetzt mal ein paar paar sachen rausbrezeln ja kriegt ihr das sind nein teste dich seit acht jahren gta alter ich weiß alles okay erkennt es auch so ein bisschen die story ich habe fast den job verlassen weil ich mein ende auf die tassatur ausgeschmissen habe schade da das nicht passiert ist also als würde sagen wir machen und wann erschienen geht her fünf zum ersten mal in deutschland 2013 17 september 2013 23 juli 2013 15 mai 13 17 april 13 17 september 2013 ich sag bitte das jahr wie hießen die drei charaktere war das überhaupt richtig der lösung junge ja kriegen am ende franklin franklin michael und trevor genau ja weiter also gibt es antwort wo spielt die handlung weiß die liberty city oder los santos los santos hätte deko verkackt hundertprozentig michael eine familie ja ein ja natürlich mit tracy und die autos tunen ja ja ich habe das für fragen also hier ist die tuning wertstadt paint spray los santos customs oder fame or shame los santos ja genau wer hat eine immobilie auf dem land franklin trevor oder michael wer lebt für kurze zeit mit trevor zusammen franklin michael oder dave oder leicester die leicester müsste mir sagen zusammen für eine kurze zeit er mache ich einfach mal weiß nicht wer dave mit wem wohnt franklin am anfang zusammen mit seinem onkel mit seinen großeltern mit keine mit seinen eltern mit seiner tante mit seiner tante mit seiner tante krass und was hat franklin für ein haustier aussehen geht er für montierte einen katze oder ein hund und unterständig irgendwo hinpackt ja wir haben richtig wie viele alle 8 von zehn was mehr falsch dass doch gut nein 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 aber angst hier hoch zuvegen aber nur die hat's geschafft ist wie machen wir sein wird so jetzt kommt es also wer lebt für kurze zeit mit trevor zusammen da war michael der richtig gewesen nicht richtig michael hat mit trevor gewonnen ja auch vielleicht wegen familie das war's 8 von 10 ich habe bei dem einen michael franklin und trevor das habe ich wohl nicht angedrückt also 9 9 von 10 richtig ja weiß doch was auch super ich muss sagen das ist doch gar nicht so scheiße oder nein der war warum nicht also das war aber nicht schlecht oder ja es hat spaß noch mal vielleicht mal machen wir müssen erraten wo wir uns gerade in der map befinden es wird ordentlich peinlich ja dazu gar nicht sagen einfach schauen und genießen man verwandeln wir uns endlich kann nicht mehr genau wir haben gesagt das ist ein fucking verwandlungsrennen wir sind da seit noch völlig stunden dieses eine beschissene scheiß fahrzeuge ich es halt wirklich so ja ja das dachte ich auch aber wer ist denn hier vorne westen vor mir nur die ganze zeit schon auf euch durch die ganze durch treiben ja wir wollen einfach dass die nächste scheißkarre haben der transform lachs alter was das für ein schneckenrennen kann ich nicht einfach in das auto gehen es geht immer noch weiter damit weg mit dir jetzt richtig parkour mäßig fick mich ja und jetzt geht es richtig runde alter wie schmufig gelandet bin ok eat pinamon oder bitte nie wieder eine map von ihm aber jetzt auch einfach gut landen können alles ja ich konnte dass mein beyblade da hinten nicht nur irgendwie bei der karre bin ich auf jeden fall in der hölle ja guck diese karre na also irgendwie wollen wir heute so ein bisschen getrollt ich will ich will nicht mehr da nein die ganze scheiß von vorne löffelt mich weg ich habe ich will nicht mehr dass niemand das auto hier weg geknallt hat finde ich geil das auto warum rutsche ich hier runter jetzt hier angestll ich jetzt nicht Diko, ich bin jetzt hier zweimal einfach schon links runter gefahren. Ich weiß nicht. Warum? Ja. 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 Also zumindest lässt es mich ein wenig an deinem IQ zweifeln. Ja. Nein, nein, nein. Das denke ich auch gerade von mir. Nein! Oh, Ares' Geschrei ist so geil. Lugi, ha ha ha. Geil. Lugi war ein guter Try. Was ist das denn gewesen? Geil. Man darf doch nur nicht zu schnell sein. Es war alles easy. Ich mache das jetzt für das Try hier. Ey, wir machen einfach ein Deal. Wenn du das noch geil findest, dann kriegt Diko einfach mein Mikro für eine Woche und ich seine Technik. Hä, Marvin, darf es einfach nur nicht zu schnell sein. Digga, diese Karre ist so ein Teufelschiss. Du sagst doch, hä, einfach nur nicht zu schnell sein, Marvin. Was ist denn dein Problem, Alter? Digga, das ist nicht nur ein Teufelschiss, sondern einfach kurz vorher noch richtig viel scharfe Soße gegessen. Oh, nein, 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 nein. Ja, bitte verkackt, bitte, los. Bremse, 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 bremse. Ey, verkackt doch, du Lappen, Alter. Ich bin jetzt hier, ich bin in erster Position, will mir das anschauen. Digga, wo war jetzt dein Problem, ey? Wo war jetzt dein Problem? Ja, wo war dein Problem denn? Ich bin zu schnell gefahren. Ja, meint ihr? Savus. Aber hier ist überall noch rein. Ey, nein. Kann ich jetzt noch mal zuschauen, wie du verkackst? Nein. Oh nein, 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 nein. Was denn für ein Schmutz ist, Alter? Digga, ich bin nicht kompatibel als Pilot mit diesem Scheiß Ding. So von Weitem sieht das wirklich geil aus, wie sagen wir verkackt. Warum fährt denn Deko nicht weiter? Komm schon! Du mieser Müllhaufen, Alter! Komm bitte, alles von vorne los, bitte. Ja, stimmt. Warte, jetzt fahren wir so. Nein, 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 nein. Ja, 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 ja. Oh, fuck, jetzt müssen wir hier schnell sein. Holy fucker, Roni! Neko! Oh, fuck, fuck, fuck! Wenn du verwandelt bist und du dich überhaupt nicht freust, was ist denn bitte beschissener? Als diese Kacke hier. Hat er geriebt und er ist oben? Hey! Ne! Oh, das wäre so witzig. Aber Marvin´s Lachen fand ich leider schon. Ich hab mich aber nur schon mal gefreut. Ey, die Kacke ist doch geil! Ich feier die Scheiße hier. Ja, ja. Freu dich mal zu früh. Guck mal, man ist auf jeden Fall richtig schnell damit. Ich sag ja, freu dich, freu dich mal zu früh. Leck mich, Alter. Leck mich einfach nur noch, ey. Schmutz mich weg einfach. Schmutz dich, ey. Er schmutzt uns alle einfach weg. Ey, das ist so ne Träume. Ey, er hat uns mit der ersten Mal richtig nass gemacht und wollte uns richtig geil machen. Dann gibt er uns sowas, ey. Wirklich, oder? Ey, wir haben eine Map gezockt von dem Dude, Alter, und die war richtig geil, ey. Ey, die hat so stark gemacht, ey. Fick dich. Und jetzt haben wir hier wirklich so ein Schimmelrennen, ey. Ja. Ey, es wird jetzt noch schlimmer. Nein, es kann nicht noch schlimmer werden. Es geht nicht. Also, alles freu dich auf das Auto. Ich weiß noch nicht, was da kommt. Aber... Das hier geht nicht. Also, jetzt mal ernsthaft. Ne, es geht auch nicht. Oh, Leute, was kommt jetzt? Nein! Eko, nein! Ja, ich sag doch, es wird noch schlimmer. Das gab doch gesagt, es geht nicht noch schlimmer. Ich bleib bei meiner Aussage. Und wer von uns beiden hat recht? Oh, was ist das bei der Aussage? Kann ich nicht einfach rum? Ich bleib unten jetzt einfach. Wenn das nicht geht... Ah, ich f*** mich, Alter. F*** mich. Okay, wer hatte recht? War bisher so... Ja, dass ich recht hatte. Bisher hat noch hoher recht, oder? Oh, das war's ganz schön hoch, ne, Leute? Digga, die ist hin und her. Jetzt bin ich wieder der komische, äh... Fuggy hier. Der, äh... Wasser... Wasser-Dune. Oh, die Kakerlacken. Aqua-Blazer, ja. Aqua-Blazer. Aqua-Blazer... Ist jetzt das Ende langsam, oder was ist hier los? Oh, was ist denn? Oh, da ist der Verwandler. Da ist der Verwandler, oh ja, Baby. Da ist der Verwandler. Nein! Wieso musste ich jetzt einfach wieder schnell, schnell machen? Marvin, warum? Marvin! Nein! Hast du jetzt noch kurz vorhin verkackt, oder was? Nein! Nein! Digga, es wär so ein Karma, Alter. Wär richtig verdient. Oh, einfach nur durch, ja. Oh, yeah. Oh, endlich mal was anderes als diesen Mist von eben gerade. Ist das wirklich so ass? War's das jetzt? Willst du mich komplett holzen? Digga, diese Map verdient nicht den Namen. Ist das? E-Tha-Peimony! 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 H-WAS?! Eeh-EH! Ich hab mich schon gefreut darauf wenn Aris die Erkenntnis kommt will. E-E-EIN! E-EIN! E-EIN! E-EIN-EIN! Und ich sag mal so viel… E-EY! Was ein mieser… Auf links soll sein Ziel! E-EIN! Puh-puh-puh-puh-puh! Das war übrigens die Überraschungs-Map, das so eine gute Map ist für die beiden. Ich wollte die richtig heiß machen. Ich wollte die glücklich machen für den Tag und dann ist das so ein Vorzeiter. Chachos, Marvin hat uns gebytet, Nugi und mich, mit einer Zu-Fuß-Parcours-Map. Das ist wirklich so. Wir wurden wirklich hier reingebytet. Das ist ein Zu-Fuß-Parcours. Ey, es war Zu-Fuß-Part. Nicht ein einziger Schritt war Zu-Fuß. War auch am Anfang vielleicht. Am Anfang, ja. Reicht doch. Drei Schritte oder so. Reicht doch. Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Ach du heilige Makrele. Aber ich finde es schön, dass Aris immer noch mit dem Ding umfährt. Wie leiden alle? Hä, was mache ich? Dass du mit dem Teil umfährst, mit dem Kran. Achso. Oh, okay, wo sind die beiden denn hier? Aris kommt jetzt gleich zu dem beschissenen Part. Achso, ich komme erst noch zum beschissenen Part, okay. Der beschissene Part am Schluss. Oh. Digga, wo ist denn der Typ erst? Ja, ich habe halt ein bisschen gebraucht, ne? Oh, ist das hier Phase? Hoch. Ich muss jetzt immer hoch und runter fahren. Wow. Ach die Scheiße. Ja. Oh ja. Und wenn du das fertig hast, wartet noch ein sehr belohnender Aqua-Blazer-Punkte-Einsammlungs-Parcours für dich. Oh ja. Oh ja. Here we go again. Oh ey, come on, Alter. Echt jetzt? Das ist so trocken, ne? Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Wahnsinn. Das wird die Map nie beenden. Yes. Du fährst da jetzt nicht rein. Oh oh, sorry. Ich will diese wunderbare Map beenden. Alter. Kann ich schießen? Alter, Digga. Ich kann nicht schießen, ey. Guck mal, Digga, was ich habe. Ey, die erste Map, die wir hatten von Paimon, war so geil, ey. Digga, guck mal, was ich habe. Ein legendäres Ding, warte. Was hast du? Lol. Ja, hello. Wo sind sie, Mr. Aris? Marvin, funktioniert der? Leider nicht. Oh. Es wär zu schön, ey. Es wär einfach zu schön. Da lang. Wow, Wahnsinn. Oh. Hallo, Aris. Ciao. Wahnsinn. Äh, what? Das ist doch einfach da rüber, oder was? I say what what. Immer word. Okay, aber könnt ihr die Map mal kurz bewerten auf einer Skala von minus 2000 bis 10? Oh, eine 2. Keine Ahnung. Also, die Sachen, die er gebaut hat, wirklich no joke, die waren gut. Muss ich wirklich sagen. Also, Parcours mäßig toll. Aber, dass man ständig mit diesem scheiß Gabelstablau unterwegs sein muss, da ist einfach ein bisschen What's here. Ja, wir sind einfach kein Freund von der Karte, ne? Ah, das Fahrzeug war halt wirklich einfach, das ist halt mega langsam, das Hoch-Runterfahren, Hättest du ein Panto gehabt, oder so? Oder ein paar andere Autos dazwischen. Ja, los, da lang, komm doch los. Bombe. Hä, wo lang? Ja, komm doch da lang, du Lappen. Da lang. Darunter, links rum. Aris. Oh no. Als ob ich jetzt diese Drecks-Fick-Map nicht beende, oder was? Ich war's nicht. Ich war schon meine Hände in Unschuld. Ich möchte gerne meine 27,5 Minuten Lebenszeit einfach wieder haben, ja? So irgendwie Reset, oder irgendein Quatsch? Ey, ne. Oh Leute, ich hab' gar nicht aufgenommen, toll. Kennst du den Film hier mit Justin Timberlake, In Time oder so, wo du so ne Uhr hast, mit der Uhr, mit deiner Lebenszeit dann sozusagen einkaufen gehst? Digga, die hätt' ich auch gerne wieder. Kennst du nicht, Digga? Ich kenn' den nicht. Film Empfehlung ist da, sagst du? Aris. Also, check den Film ab, checkt unsere Partner ab, checkt auch Aris und Nugi ab. Und habt noch einen wunderschönen Tag, checkt nur nicht die Map ab. Tschüssi und auf eurem Ussian, muchachos, bye-bye. Ciao, ciao, kussi, kussi, bye-bye.